Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft! Mit am Start haben wir hier den Tuffy! Hallöde! Und den Wallard hier hinten! Ja, ei, 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 ei! So, weiter geht's! Immer noch ein bisschen am abbauen hier, aber wir haben es fast geschafft! Ja! Fehlt nur noch hinten am Berg das Stück, das soll ein bisschen schräger, steiler werden. Schräger, steiler. Schräger, steiler, das klingt heute ein bisschen komisch, aber egal. Wo ich hier stehe, oder wo bist du denn? Am Berg. Könnten wir ja auch noch ein bisschen was da gerade machen, ne? Hier so. Und einmal würde ich... Oh! So. Oh, das passt. Eigentlich. Wohl. Das noch höher. Hm. Schwierig. Das sollte noch steiler werden, ja? Ja. So. Hm, hm. So. 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 Hatte ich gedacht. So. So hoch. Jetzt drei hier, ne, wo ich stehe. Gut, dann kommen noch drei weg. Ja. 4 4 4 4 3 ein und Kumpel ich bin so könnte es ja genau das mit ihm 3 sieben bis das aus wird schon wir haben auch nur 3 ja ich habe noch 1 2 3 3 geht gar nicht okay der macht wieder aus der karen gehen was du denn da oben das ist jetzt dran jetzt ich habe ja keine spitzhaxe mehr das sieht schon besser aus würde ich sagen und wo wolltest du dann eventuell können dann überhaupt das kleine häusleer gebäude reintun oder davor setzen hier irgendwie davor so dass es halt mit dem berg reingeht sollte ich gedacht wir müssen vielleicht gucken dass man hier noch was wegziehen wo ist es da in dem berg halt das muss halt hier genauso machen das ist alles was wo drei ist weg dass das hier halt auch ein bisschen steiler als ich glaube das bringt dann doch ein bisschen mehr feeling rein hier geht es gar nicht oder hier geht es nicht wirklich was geht da nicht na ja an der seite bei der erntemaschine müssen wir vielleicht mal noch mit holz verkleiden oder so jetzt hat er mich eingesperrt wie eingesperrt ich hab nichts mehr gesehen weil es dunkel wird sollten gleich schon wieder ins Bett ach ich ziehe das Bett immer immer wenn es gerade spannend wird müssen uns Bett ja das war früher schon so ne das ist wahr ich bin krank können ja na ja gut ich komm schon ja 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 ich bin der wetter Gucker ja 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 wir wollen nicht hau ab, hau ab, hau ab geht nicht zu schlafen moin 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 ekelhaftes Spinnvieh ja, die wollte ich nicht haben, haha aber ich bin den vor Bett gelaufen dies hin und erst mal Eikerski nicht pumpte, ja, danke oh, hier so ein Zauberscheißer die sind hässlich dies hin Sprengpulver und eine Klausflasche zwei Stück, sogar da, hier, da passt ja auch nicht Ach nö, ein Creeper zum Kröper Boah, blöder Sack zum Glück machen die ohne Wasser keinen Schaden das ist gut äh, hat wer von euch noch ne Schaufel oder so ja ja hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir hinter dir, mitte also da müsst du, nö сможest du noch ne Reihe weg ach, du wolltest deine Schaue du wolltest uns wieder arbeiten lassen rum, oder dab leuchst, oder was na, das Stück hier, ne Die kannst du doch den Stadtbauer machen hier, die kannst du doch richtig schön hoch machen. Hier ist doch unsere Erntemaschine. Da? Unsere automatische Erntemaschine ist doch hier. Die kann man ja auch irgendwann nochmal anschmeißen. Ja. Warum? Ich hab keine Spitzsacke hier. Schmeiß was mal raus. Dann können wir hier was reinmachen. War keiner. Ich hab dir meine letzten gegeben. Oh, ich hab gelogen. Ich hab noch einen. Na aber man lügt. Doch, ne. Ich hab mir fast nicht aufgefallen. So. So. Ein bisschen Platz in der Ruhe, oder? Ne. Sieht nicht so aus. Den Scheiße können wir wegschmeißen. Weg damit. So. Die können wir eigentlich auch wegschmeißen. Ja, reingefallen. Scheiße. So. Hau mal ein bisschen Erde rein. So. Wir brauchen jetzt was. Was? Spitzsacke oder Schaufel. Spitzsacke, wenn nicht schlecht. Der eine hab ich nur noch. Also eine Spitzsacke. So, jetzt kannst du noch ein, äh, Werkzeug basteln. Was wird gebraucht? Ach, noch eine Schaufel für dich, oder so? Äh, ne Spitzsacke hab ich noch. Schaufel hab ich auch noch. Also. Jut. Was? Ich brauchst du jetzt einen Moment. Was mangelt morgen? Ein Stiggis. Ähm, bei mir in der Truhe sind, äh, ist noch ein bisschen Holz. So. Das weg. Und das noch weg. Dann hätten wir hier drinnen öppliche Platze. Guck mal, das noch mal rein. Und das. Äh. So. Das kann weg. Sprengpulver drum auch mal rein. So. Passt. Hier ist noch mal Holz, Rindfleisch. Ich hab hier noch 59 Holz. Und noch mal Schwarzholz. Also reichlich Holz. Klar, klar, klar. Wo geht's hier nach oben? Die falsche Tür. So. Klar bin ich noch nicht so ganz. Da steht noch alles gleich aus. Nur. 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 Wer von euch hat ein Rindfleisch? Und wer von euch hat Schweinefleisch? Ich hab. Ich hab. Gebratene Schweinefleisch. Ich hab hier so ein Steg. Oder Stegs. Gut. Ähm. Hier hast noch mal Schweinefleisch. Mhm. Danke. Und hier hast du noch Rindfleisch. Ich hab hier noch Rind. So rohes Rind. Ich hab. Das kannst du mir klein mal her schießen. Ähm. Moment. Und. Ich brot gerade Duffies Fleisch. Ja. Jeder hat seinen eigenen Fleisch. Ja. So viel ist nie da leider. Mhm. Da hätte ich eher mit dem anderen schwer zu hören müssen. So. Ich hab noch mal zwei Truhen gebaut. Kann ich hier welche hin tun. Kannst du. Platz ist ja. So angedacht. Ja. Ich hab keinen Platz mehr hier. Weil mein. So ein Tag. Kann ich noch mal. So. Toffee. Ich bin unterwegs. Zu dir. Wo bist du? Ja hier hinten. Ich mach hier so die. Wand ein bisschen höher. Weil du sagtest ja. Wir wollen ja viel hoch werden. Oder so. Wirklich komme zu dir. Wo bist du? Ach da bist du. Ja. Du kriegst noch mal Fleisch. Ja. Du kriegst noch mal Fleisch. Frau Knieber ich das her habe. Ja. Schmeiß hier noch nicht schmeißen hier. Nein. Kannst walten. Habe ich das Fleisch jetzt aufgenommen? Ich gehe von aus. Ne. Ne. Ich habe hier noch 740 gebrotene Hühnerkeulen. Ja. Ja. Würde schon bei euch zwingen auf Teil. Ich hab doch jetzt mal was. Ich hab doch jetzt mal was. Ich hab doch jetzt mal was. Ich hab 39 Steaks hier. Ich hab 64. Und noch mal 52. Und wo? Wo? Wo beschwert euch noch. Ja ich kann jetzt fressen. Erst jammert ihr rum. Ihr habt nix zu fressen. Und jetzt jammert ihr rum. Weil was habt. Ja. Du hast ja nur Angst. Dass wir hier uns verhungern. Ja. Eine Fressorgen. Die können wir machen. Das definitiv. Ja. 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 Das muss ich sagen. Mit meiner Pastikis. So. Zwei 64er Steaks. Sticky. Sticky. Hast du dafür Sticky schon eine. Eine Truhe? Ne. Ne. Fast verreckt schon wieder hier. Oh. Die sind auch noch 7 Steaks drinne. Stocker. Ach Tofi. Ich hab noch deine Spitzhacke bei. Was. Was. Ja damit. Oh. Da hinten. Ah. Don't. Don't. Teich. Nackt Baden. Bist du das. Ja. Ja. FKK. Ich muss ja noch den Teich eins tiefer kriegen hier. Dann auch wieder mit der Erde auskleiden. Dann auch wieder mit der Erde auskleiden. Das kann nicht sein, dass das schon wieder dunkel wird. Hallo. 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 Das soll ich dir nicht sagen. Guck gerade nicht hin. Ach du meinst wenn du es nicht siehst ist es auch nicht so. Genau. So wie früher. Guck ich nicht hin dann ist es nicht. Guck. 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 Oh Mist. Sonne geht echt schon wieder runter. So ich hab das ein bisschen steiler gemacht hier. Nimmst du da noch was weg? Ja. Und dann nimm noch ne Reihe weg. Wir müssen schon wieder ins Bett. Ja. 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 Und dann ist schon wieder über Länge. Ach Mensch. Machst du aber Sachen. Kannst du nicht aufpassen. Ja, ist schwierig. Zum Glück kann ich diesbezüglich keinen Ärger von YouTube kriegen, weil da ich ja die Werbung drauf schalte, könnte ich mir nix. Ach jawohl. So, Leute, das war's wieder mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch Kommentar, Daumen oder Abo oder alles. Oder empfiehlt mich weiter. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.